Aber die Alte, die ist jetzt auch schon so zutraulich, die saß mir eben auf dem Schoß. Ach, aber eben, wenn sie, sobald jemand kommt, ist sie ja weg. Ja, aber wenigstens hat sie dann zu Ihnen zu trauen, das ist doch schon mal gut. Ja, das hat sie ja. Guck mal hier, da hast du ja halt so schön mitgespielt. Hey, guck mal. Hey, guck mal. Mmmmm. Mmmmm.